Hallo ihr Lieben! Heute habe ich die Natascha mit dabei und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen die Blindschminken-Tag. Also ich werde ihr jetzt die Augen verbinden und sie darf mich blind schminken. Es gibt zahlreiche Videos auf YouTube und deswegen haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt auch. Ich werde ihr jetzt die Augen verbinden. Bin schon ganz aufgeregt, dass es dabei rauskommen wird. Muss ich umdrehen. Siehst du was? Nein. Ist es stark? Ja. Jetzt passt aber so. Ich habe sogar eine Schlage in euch reingemacht. So. Oh. Was ist los? Okay, ich kill dich. Siehst du was? Okay, du bist nur. Bin ich im Bild? Ja. Wir fangen mit dem Make-up an. Was ist das jetzt? Warte. Ich habe meine Kontaktlinsensicherheits... Sicherheits... Wie sagt man dazu? Sicherheitshalber. Sicherheitshalber rausgetan. Nicht, dass sie mir in mein Auge piekst. Oh, es fühlt sich so glitschig aus. Ich glaube, die Augen von dir hast du ausgelassen. Ich finde, ich habe schon einen Augen gekannt. Ich kann mich nicht mehr am Bildschirm sehen, weil ich kurzsichtig bin. Was brauchst du? Ich will deinen Augenbrauen machen. Ich werde sicher zwei Beinen haben. Nein. Ich mache das voll schön und voll kreativ. Könnt ihr das beurteilen, Leute? Wie sieht meine linke Augenbrauen aus? Bestimmt so ein Regenbuch, so voll den Halbmond. Du machst mein Auge an. Ich kann einfach nichts erkennen. Ich hoffe nicht. Das ist so schön. Okay, one minute. Oh je. Es wird schön. Ich sehe es. Einfach mal mit dem ganzen Finger rein. So, uh. Ich sehe nicht, wie viel ich auf dem Finger habe. Ich glaube, viel. Ich glaube, du hast mehr als alles. Ich sehe nur etwas Blitzerndes im Bildschirm, aber mehr auf nicht. Ich finde uns einfach beide so hochkirpigt. Ich muss nicht alles wieder finden. Ganz sicher, Natascha. Du hast deine Augen aufgemacht. Ich merke doch nicht, wo ich nicht war, wenn du dein Auge aufst. Ach, du hast ja keine Augen. Auch mal. Das muss ich dir auch bedenken. Ich glaube, der ist jetzt fertig. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer was kennen. Da. Wir blenden dann noch immer wieder ein Bild an. Okay. Ich werde malen, was zu sagen. Ich habe, wo ist denn der Auge an? Ja. Oh oh. Magst du den festhalten? Ja. Ich glaube, ich glaube, ich habe schon meine Finger. Ich finde, der tippt dich. Achso, da. Oh, der ist. Du musst mal rein. Da. Ich habe schon reingetet. Jetzt musst du den wieder raus. Okay. Hier. Danke. Ich bin nicht bei deinem Auge. Bei dem Auge. Ich glaube, bei dem anderen Mai schaue ich. Ja, ich glaube, ich auch. Ich bin nicht bei dir drauf. Nee, ich komme wieder nicht drauf. Achso, okay. Brauchst du noch was? Wimpernzange. Nee, das will ich nicht machen. Ich habe Angst, dass ich dir die rausreiß. Ich habe jetzt auch meine Wimpernzange. Soll ich die Wimpern machen? Nein. Ich muss dich doch blind schminken. Ja, aber weil, sonst sieht man meine Wimper ja gar nicht. Okay, dann. Nein, doch nicht. Warte, nee, ich mache die Wimpernzange. Meine Wimpern kannst du selber machen. Achso. Habe ich dich jetzt getroffen mit der Wimpernzange? Ja. Sorry. Oh, ich glaube, das klappt nicht ohne Spiegel. Nein, egal. Hintermissgarten Spiegel. Egal. Ich darf mich ja nicht anschauen. Das will mich ein Überraschung. Soll ich Augen zumachen? Ja, aber ich habe Angst, dass ich da sonst in dein Auge ranke. Ich finde es aber prima. Was hast du noch für eine Fette Mascara? Die war nicht vorgesehen. Das ist deine. Der hier hat doch quack gemein. Es sind voll. Ja, waren das alle deine? Zwei davon. Achso, die von P2 auch noch. Oh. Oh. Hat das weh? Ein bisschen. Tut mir leid. Mach nichts. Ich spüre nur, was feucht ist. Okay, jetzt dann müssen wir bronzen. Ja. Passt. Ich hätte gedacht, dass das so schwer ist, weil ich kann ja gar nichts erkennen. Mhm. Ich werde aussehen wie Snickers. Ganz sicher. Das sind meine Haare. Du, weil ich mal an dem Rand vorbei. Wie würdest du deinen Look nennen wollen? Der Snickers. Achso, und nicht irgendwas mit Wimpern oder Augenbrauen oder so? Oh. Pretty Skull. In der Wormand. Oh, okay. Ich weiß, dass sie es so schön hat. Was ist denn der Rouge? Ja. Ich mach mal Apfelbäckchen. Das ist jetzt auch schon zu spüren. Warte mal, was uns fehlt noch eben. Das ist ein Stück. Dann brauchen wir... Sind wir fertig? Ja, oder du willst noch highlighten? Ja, wir highlighten. Nichts, warte, nicht so. Der bricht gleich ab, Mann. Okay, jetzt mal. Mach mir einen Kuss, Mann. Mein Lippen ist ja gegenüber fort. Mein Armer Lippen ist ja. Jetzt hast du zu wenig drin. So. Ich versuchte, du wenigstens schon auszufüllen. Aha. Denkst du, ich hab alles... Ja. Okay, dann gucken wir noch Highlighter. Aber lass mich nicht nur alleine. Ja. Ich find der netzer. Ich möchte noch ein bisschen... Hier, mit den Augenballen... Und den Augenwinkel... Und den Augenwinkel... Wo ist der noch? Ich seh' aus wie dann... Wie Weihnachten... Ich sag' nicht... Ich hab' überall glänzen. Fehlt noch was? Ne, ne? Ne. Sonst haben wir doch eigentlich alles gemacht... Ich kann mich eh nicht sehen... Ich bin kurzsichtig... Ich seh' nicht aus... Ausgefühl, ja? Ja. Ja. Das muss man dir lassen... Aber... Also... Wimperntusche... Und Eyeliner... Und so... Wo es nicht... Aber deine... Die Augenbrauen sind auch gut... Oder? Leute? Was sagt ihr? Ich find's ganz gut... Okay... Der Schwarze, das war da nett... Jaja... Es kann da nett... Wenigstens hast du meine Wimper ein bisschen getuscht... So... Ganz bisschen... Ich dachte echt nicht, dass es so schlimm ausschaut... Ich hab mir voll die Mühe gehört... Ich hab mir voll die Mühe gehört... Ich dachte wenigstens, dass der Strich ist schon da... Ich dachte auch, dass hier ein ganzer Strich ist... Weißt du... Bei dem... Du machst hier so in die Liefer... Also ich so... Ja... Das ist so mit Augen... Aber hier hast du mir voll reingeschaut... Deswegen hab ich nichts gesagt... Weil... Dass sie nicht so wehgetan hat... Ja, aber... Die Augenbrauen sind gut geworden... Der Lippenstift ganz gut... Schau mal, Gebrauen... Sonst hab ich dich eigentlich auch ganz hübsch... Ja... Geht schon... So, ja... Hier so ein Pünktchen... Und... Da ist ganz gut geworden... Das waren die Apfelbäckchen... Dann... Hier... Bronze in den Haaren... Ja... Was sagt ihr denn zu diesem Look, Leute? Ich dachte auch, dass die Stimme war... Oder? Aber die sind gar nicht so tragisch... Nur eben wie mit dem... Mit dem Lidschatten hat's natürlich gekaut, ne? Tatsächlich... Du hast mir alles... Übereingeschmiert... Und dann kommt die und dir... Ha... Du hast ja so kleine Augen... Okay... Das war auf jeden Fall der Look von der Natascha... Und... Sie hat ja schon gesagt, sie wird ihn wie nennen? Pinnest Girl in the World... Also... Pinnest Girl in the World... Falls ihr den nachschminken wollt, dann schaut euch dieses Video an... Das war ein super Tutorial... Also wir werden ihn alle nachschminken... Das wird glaube ich der neueste Bild... Dann kann ich buchen... Ha... Ha... Braucht Zeiten oder so... Nein, Spaß... Auf jeden Fall hoffen wir, dass euch dieses Video gefallen hat... Und wenn ihr noch weitere Videos mit der Natascha sehen wollt... Hinterlasst mir ein Feedback in Form eines Kommentars... Oder in Form eines Daumen hochs... Wenn euch dieses Video gefallen hat... Und wenn ich sie mal blind schminken soll... Dann schreibt es mir einfach in die Kommentare... Und dann... Ähm... Hoffe ich, dass ich sie blind schminken... Darf... Also wenn ihr das sehen wollt... Und dann beenden wir dieses Video... Ich hoffe es hat euch gefallen... Und danke fürs Einschalten... Und bis zum nächsten Mal... Tschüss...